Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Don't Starve. Wir machen gleich weiter, weil ich wirklich total excited bin. Yay! Hier viel zu erreichen und lang zu überleben, aber ich glaube, ich sollte es ja nicht zu oft sagen. Sonst wird mir wieder was Dummes passieren. Ich bin lieber vorsichtig dieses Mal. Und entscheide mich nicht für die falschen Sachen. Vielleicht, also ich bin mir ziemlich sicher, dass es trotzdem passieren wird, aber... Ich versuch's! So, das sieht alles super aus. Ich hungere schon wieder. Oh, 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 oh! Ich werde sterben, ich werde sterben. Boah, scheiße, aber das ist wieder knapp. Ich bin echt... Ich lerne auch nie draus. Ist ja logisch, wenn es regnet, dass das Feuer schneller ausgeht. Gut, das war jetzt vielleicht Holzverschwendung, aber wir haben es überlegt. Okay, diese kurze Zeit im Dunkeln hätte wahrscheinlich auch nichts ausgemacht. Oha, der Regen ist voll laut. Ich muss... Ich habe voll das Gefühl, ich muss gegen den ansprechen. Yay! Jetzt haben wir genug auch noch für eine Pickaxe. Und da oben haben wir gleich nochmal... Äh, verfolgt die dumme Biene mich? Ich dachte gerade echt so... Ne, die ist nur an mir vorbeigeflogen. Das ist mir gerade echt voll riskant. Irgendwie finde ich, dass hier alles ein Gegner sein könnte. Juhu, der Regen hat aufgehört. Also Minecraft dauert der ja öfters auch mal länger als zu kurz. Immer schön Essen einsammeln. Und genug Flint. Hier sind wir ja in der Gegend, wo es viel gibt. Okay, jetzt gehen wir gleich hier runter und bauen. Oder darüber. Und bauen die Steine ab. Weil wenn wir schon Gold haben, können wir schon richtig, richtig schnelle Science Machine machen. Das hatte ich glaube ich noch nie, dass ich das zu schnell machen konnte. Ich glaube, dazu braucht man auch Steine. Aber die kriegen wir ja auch dadurch, dass wir das jetzt gleich abbauen. So. Ich sammle immer weiter ein bisschen Gras ein, damit ich noch mehr Fallen legen kann. Weil das ist jetzt echt unser Hauptnahrungsmittel. Diese dummen kleinen Hasen. Die hier schön überall reinlaufen. Yay! Jetzt haben wir ja schon mal ein paar Steine. Weil ich glaube, wir brauchen so zehn Stück. Was steht denn hier? Okay, wir brauchen nur vier Stück. Aber auch gut. Wow! Der hatte sogar zwei Stück. Okay, ähm... Hilft alles nix. Wir müssen irgendwie Platz schaffen. Das geht nicht. Aber es ist halt immer so ein Nachteil. Wenn man das eine Essen gebraten hat und ein neues eingesammelt hat, dann verbraucht es ziemlich viel Platz. Wir sammeln jetzt hier noch die paar Steine mit ein. Und den Flint. Dann haben wir auch ein bisschen Vorrat für Waffen. Kleines Häschen, du bleibst erstmal hier. Oder auch nicht. So macht er. Okay, ich bin nicht gut. Im Nachahmen von dir, stimmt. Yay! Ihr seid alle eingefangen. Nee, 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 nee. Dich tun wir gleich neu einsperren. Und nochmal eine. Wir setzen ihn wieder hoch. Krass, der ist gerade hier reingelaufen. Super Taktik. Ich bin so froh, dass ich das mal wo gesehen habe. Okay, jetzt haben wir aber keinen Platz für den Hasen. Müssen wir euch beide wohl oder übel töten? Ich habe eigentlich gerade keinen Hunger, aber dann essen wir nochmal was. So. Dich sammeln wir ein. Also jetzt versuchen wir heute, ob Abigail kommt. So, und jetzt nehmen wir die Axt, weil der Hase ja nicht getötet werden kann damit. Hat noch nicht funktioniert, aber ihr seht, dass die Flower, die Blume schon ein bisschen mehr aufgegangen ist. Aber die blüht anscheinend noch nicht richtig. Deswegen warten wir noch. Vielleicht auch erst am vierten Tag. Keine Ahnung. Irgendwas in der Art. Und auf jeden Fall versuchen wir es einfach morgen nochmal. Die sammeln wir noch kurz ein. Ist natürlich jetzt blöd, die gleich zu töten. Aber ich habe wirklich keinen Platz. Die lassen wir mal lebendig, damit wir morgen gleich das Neue ausprobieren können. Mit der Blume. Ich will immer Flower sagen, wirklich. Und wenn wir hier jetzt auch unser Essen haben, warum nicht gleich auch die Science Machine hier in die Nähe bauen? Spinnennetze braucht man ja eigentlich auch. Für Angeln und so. Ja, komm, gehen wir einfach hier hin und bauen die jetzt einfach mal hier hin. Ronig kann man auch noch gebrauchen irgendwann. Ist es schlauer hier, auf so einem Boden das zu machen? Ich glaube schon. Natürlich sollte es auch nicht zu weit weg sein. Ah ja, das geht von der Entfernung, finde ich. Mann, die Bienen nerven vielleicht. Oh Gott, ich habe mich so erschrocken. Und jedes Mal, wenn so ein Viech aus so einem Busch rauskommt, das ist echt heftig. So. Setzen wir mal ein Feuer hier hin. Und die Science Machine machen wir auch gleich mal. Vielleicht ist es blöd, die jetzt hier hinzusetzen, aber... So kommen wir viel, viel, viel schneller voran. Wir haben ja noch ein Goldnugget übrig, wenn wir woanders eine hinsetzen möchten. Wäre natürlich eine Verschwendung, aber... Dann haben wir immerhin schon mal eine. Und jetzt versuchen wir alles zu craften, was geht. Hier machen wir uns eine Schaufel, die natürlich keinen Platz hat. Yay. Dann essen wir eben die zwei Sachen. Wir haben gar keinen Platz, um die ganzen Sachen hier zu lagern. Ach stimmt, wir könnten uns einen Rucksack machen, aber dazu haben wir, glaube ich, nicht genug Zeug. Oder? Eine Chest wäre nützlich. Okay, wenn wir die jetzt hier machen, können wir eine Chest machen. Haben wir genug Holz? Nein. Haben wir nicht. Muss ich am nächsten Tag einsammeln. Was noch? Was haben wir... Habe ich schon gerade nachgeschaut. Hier. Perfekt. Jetzt haben wir halt wieder mal keinen Schutz. Aber vorerst brauchen wir den auch nicht. Ganz am Anfang. So, was machen wir jetzt hier alles hin? Vielleicht die Steine. Die Schaufel brauchen wir vorerst auch nicht. Was können wir hier noch machen? Move the ground around. Okay. Dann machen wir das mal. Stimmt, da kann man sich, glaube ich, wenn man lustig ist, hier so normale Boden wohin setzen, wo es halt keinen normalen Boden gibt. Wahrscheinlich. Zum Beispiel darüber, da wo die Tannen sind. Damit man da was anpflanzen kann. So, ich darf mich nicht mit meinem Kabel verheddern. Ups. So. Jetzt tun wir gleich mal ein bisschen was abholzen. Wie sieht die Blume aus? Ist die jetzt fertig aufgeblüht? Und brennt das Feuer noch? Dann könnten wir vielleicht noch unser Zeug braten. Ja. Braten wir das noch schnell. Damit es länger haltbar ist. Ja, das bringt es jetzt, glaube ich, nicht. So. Davon haben wir auch nicht mehr so viel. Ich fände es jetzt am besten, wenn wir eine Chest als erstes machen. Dann können wir ja auch alles reinpacken, was wir jetzt nicht brauchen können. Und alles craften, was gerade möglich ist. So Zeug wie gecuttete Steine oder diese Holzbalken waren, wollte ich schon sagen. Ja, weil dann hat man es immerhin schon mal erlernt. Und wenn ich dann irgendwie weg muss, dann brauche ich nicht nochmal eine Science Machine. Klar, braucht man die immer überall. Aber wenn man jetzt echt mal was dringendes craften muss, dann habe ich das schon mal erlernt. Also ich glaube, wenn ich jetzt diese Schaufel nehme, dann kann ich das Zeug mir hier mitnehmen. Ja, dann kann ich die mitnehmen und mir woanders anpflanzen. Das ist eigentlich super praktisch. Wie zum Beispiel sowas. So ein Berry Bush. Ob ich es richtig ausgesprochen habe? Keine Ahnung, Leute. Das ist jetzt ja mega praktisch. Ich kriege Beeren und noch diesen Busch und kann den mitnehmen. Dann können wir das gleich bei uns einpflanzen und haben immer Zeug in der Nähe. Also gerade sowas finde ich super, wenn man es in der Nähe hat. Ich habe die Schaufel also nie oft benutzt. Aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist das viel, viel nützlicher, wenn man in der Nähe so Zeug hat. So. Das nehmen wir auch mit. Man verliert ja praktisch nichts dadurch. Das könnten wir auch mitnehmen und anpflanzen. Ich will diesmal einfach viel schneller in die Pötte kommen oder wie man das sagt. Und viel schneller mir ein Zuhause aufbauen wie letztes Mal. Da habe ich einfach ja nur überlebt. Ups, jetzt habe ich es nur so abgebaut. Ja gut, die kann man so oder so nur einfach so rausholen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel an einem Platz alle meine Sachen zu essen habe, dann muss ich ja nicht hier immer Ewigkeiten rumsuchen. Wie viel haben wir jetzt von denen? Vier Stück. Dann bauen wir hier noch ein paar ab. Ach, es wird immer so schnell wieder Nacht, Leute. Da hat man echt nicht viel Zeit, um Sachen zu erledigen. Ja, die können wir dann nachher immerhin alle anpflanzen. Das finde ich ziemlich cool. Kann man die eigentlich auch? Nö. Die hebt man auch einfach nur so auf. So, jetzt brauchen wir aber noch Holz. Wo haben wir denn hier meine... Hier. Na gut, die waren alle da oben, die Bäume. So. Wir könnten aus den Steinen uns auch noch gleich so ein festes Lagerfeuer machen mit Steinen. Da braucht man dann immer nur so Stöcke reinlegen und verbraucht nicht so viel Holz. Man braucht halt einmal mehrere Steine dafür. Haben wir ja. Deswegen kein Problem. Ich sammle lieber jedes Essen ein, was geht. Ich könnte jetzt auch die Tannenzapfen einsammeln und mir hier auch noch... Yay, das sieht doch schön aus. Und mir hier auch noch Tannen hinbauen. Aber ich kann die ja hier hin machen, da nebendran. Hier in den Wald, wo die sowieso immer stehen. Chop, chop, chop. So, jetzt sammeln wir das ein. Piup, piup. Okay. Dann machen wir uns hier so ein Feuer hin, wie ich schon vorhin gesagt habe. Und zwar... So eins. Was war denn das jetzt? So. Wunderschön. Das sieht doch schon schön aus. Was können wir hier noch machen? Ein Resierer. Den brauchen wir eigentlich gar nicht. Ja. Brauchen wir nicht. Könnten wir aus Spaß machen, aber... Ist mir jetzt gerade ein bisschen zu blöd. Was braucht man hier alles? Bagnet. Das ist ziemlich cool. Da kann man Schmetterlinge und so einfangen. Eigentlich nur Schmetterlinge. Ich habe noch keine anderen Insekten hier gesehen. Und die kann man ja natürlich essen, die Flügel und alles. Das ist auch sehr nützlich. Steine haben wir nicht genug da. Ja, das ist, glaube ich, für andere Charaktere nützlich ja so ein Umbrella. Die lassen wir erstmal komplett weg. Auf die habe ich... Ja, das ist das, was ich letztes Mal gemeint habe. Asche hat man immer. Und einen, so ein Teil, kriegt man halt teilweise von den Spinnen, wenn man die umbringt. Das wäre natürlich cool. Das ist auch cool. Ja, also, den habe ich noch nie so wirklich gebrauchen können. Also, wir wollten uns doch hier eine Chest machen. Das machen wir jetzt auch. Zwei. Drei. Dann erlernen wir das mal. Na, wir erlernen sie mal. Schmeißen sie direkt ins Feuer, ehrlich mal. Ich habe mich letztes Mal umgebracht. Voll trotzig. Bringt mir jetzt gerade gar nicht diese dumme Strohrolle. Da ist aber jemand hungrig. Wie witzig die essen. So. Das Feuer lodert schön. Ah, wir wollten das ja hinpflanzen, aber bei Nacht ist es vielleicht nicht so cool. Das will ich ja irgendwie schön anordnen, dass man hier auch noch rumlaufen kann. Was können wir noch machen? Die, genau. Die wollte ich machen. Und wir setzen sie hier hin. Ist jetzt vielleicht alles nicht so krass ordentlich, aber... Und was haben wir hier noch? Ja, um sie eben immerhin erlernt zu haben, kann man auch ins Feuer schmeißen, meiner Meinung nach. Jetzt machen wir den einfach mal. Tun hier gleich in die Truhe rein. Die leider gar nicht so viel Platz hat. So, das brauche ich auch zur Zeit gar nicht. Das essen wir mal, bevor es schlecht wird. Ne, mehr da rein zu machen, habe ich gerade gar nicht vor. So, und jetzt gucken wir mal... Ach, okay. Das sieht so aus, als ob Abigail jetzt mal fertig ist. Mit ihrer Blüte, dass sie hier fertig geblüht hat. Jetzt versuchen wir es auch für Neues. Legen die hier hin. Voll cool, wie sie hier so schwebt. So. Und bitte, jetzt muss es funktionieren. Juhu! Unsere Schwester ist auferstanden. Hallo, Abigail! Oh, was für ein süßer Geist. Super! Was mich jetzt irgendwie gerade noch interessiert... Hä, wo ist unsere Schaufel? Hier. Okay, cool. Die kann man auch wegmachen, weil ich finde, das sieht nicht schön aus. Ich hätte hier gern so eine freie Fläche. Und Abigail, die hilft uns halt, wenn wir angegriffen werden. Das ist ziemlich cool. Okay. So. Jetzt haben wir schon wieder eine längere Folge, weil ich einfach überhaupt nicht auf die Zeit achten kann. Ich wollte jetzt eigentlich noch unsere Sachen hier hinsetzen. Und dann würde ich einfach sagen... Ich habe ja letztes Mal gesagt, ich mache eine kürzere, aber ich habe es wieder nicht geschafft. Ich würde sagen, dass wir in der nächsten Folge hier uns schon mal so eine kleine Farm aufbauen, um die ganzen Sachen hier schön anzuordnen. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!